Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar habe ich heute mal eine kleine Bitte oder einen kleinen Aufruf an euch. Ich habe mir überlegt, ich möchte mal ein Video drehen oder beziehungsweise dann zusammenschneiden, in dem nur ihr vorkommt. Thema des Videos soll sein, mein Pferd, mein bester Freund und ja, da kannst du mir jetzt deine Videos, Fotos und so weiter zu schicken. Also, eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Sheila, du musst jetzt keine Fliegen fangen. Hallo, ich drehe gerade ein Video. Sheila, wieso doch? Solltest du also Lust haben, in meinem nächsten oder übernächsten Video vorzukommen, dann kannst du dich jetzt gerne hinsetzen, ein Video für mich drehen. Also, etwas zum Thema Freundschaft zum Pferd oder mein Pferd ist mein bester Freund oder irgendwie sowas erzählen. Also, du kannst irgendwas dazu erzählen oder du kannst mir Videosequenzen zeigen, schicken, wo man sieht, wie dein Pferd dein bester Freund ist. Oder du kannst mir auch gerne Bilder schicken, die dieses Thema beinhalten. Je nachdem, was ich dann so bekomme, kann man das ja auch abwandeln. Also, ja, es sollte irgendwas mit dem Thema Freundschaft zum Pferd oder mein Pferd ist mein bester Freund oder irgendwie sowas sein. Diese Fotos oder Videos könnt ihr mir bis nächste Woche Sonntag, also bis zum 5. Juni schicken. Und zwar an die E-Mail-Adresse, die ich euch unten in die Infobox schreibe. Ich kann es ja auch nochmal sagen, isabel.hildebrandt.gmail.com Ja. Ich hoffe, dass ihr euch über die Idee freut und auch Lust habt, Teil meines Videos zu sein und freue mich schon auf eure Videos und Fotos und Beiträge. Außerdem würde es mich auch mal interessieren, wer ihr so seid. Also, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Videos dreht, was ihr für Videos dreht und irgendwas über euren Kanal in meine Kommentare schreiben. Und dann klicke ich mich gerne mal durch, weil es mich natürlich auch immer interessiert, wer ihr seid. Und ich auch immer wieder auf der Suche nach Sheila, wenn du es jetzt umschmeißt. Die kriegt die Fliege nicht. Hey. Die läuft wie so ein Piranha, da fliege ich hinterher. Okay. Und ich auch immer wieder auf der Suche nach neuen Kanälen bin mit neuen, interessanten, spannenden Videos. Also, ihr könnt mir gerne mal etwas über euch und euren Kanal in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr freuen. Und ja. Das war es jetzt auch mit dem kurzen Video. Ich hoffe, ihr habt auch Lust, Teil meines Videos zu sein. und freue mich auf eure Videos. Tschüss.